Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie bei der ZIB 2. Heute ist in Deutschland sowie in Österreich in den Parlamenten über die weitere Griechenlandhilfe abgestimmt worden. Und da zeigt sich, Bruchlinien verlaufen oft quer durch die Parteien, andere wiederum sind höchst unterschiedlicher politischer Ausrichtung im Stimmverhalten vereint. Dazu diskutieren live im Studio Norbert Hofer von der FPÖ und Werner Kogler von den Grünen. In den USA ist man auf der Suche nach dem Motiv des Attentäters, der gestern vier Soldaten eines Militärstützpunktes erschossen hat. Und die Schuldfrage ist auch genau ein Jahr nach Abschuss der malaysischen Maschine über der Ukraine nicht geklärt. Ein neues Video könnte aber Hinweise geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017